Thomas Krützberg, in Duisburg steht ein ganz neues Festival auf dem Programm und zwar das Platzhirsch-Festival, das in der kommenden Woche stattfinden wird, was von dem Verein der sogenannten Traumzeitretter e.V. organisiert wird und ich bin mir sicher, Sie haben eine Meinung dazu. Ja, ich habe eine sehr gute Meinung dazu. Ich habe mir das Programm angeguckt, ich habe letzte Woche noch mit den Veranstaltern selber gesprochen, sie haben mich herzlich eingeladen zu der Veranstaltung. Ich finde es ein sehr ausgewogenes Programm, ein sehr ambitioniertes Programm und ich denke, hier wird für viele Duisburger gutes Programm angeboten und ich freue mich darüber. Und das Ganze steht unter dem Stichwort Artenvielfalt und damit ist gemeint, dass eigentlich sämtliche Kunstrichtungen vertreten sein werden. Literatur, Musik, Tanz, Volksmusik, also ein ausgesprochen breit aufgestelltes, breit gefächertes Programm. Jeder kann es sich im Internet angucken oder die entsprechenden Flyer sich anschauen. Es ist sicherlich für jeden Duisburger was dabei. Ist das also eine Bereicherung für die Stadt? Ich denke, jedes Kulturfestival ist eine Bereicherung für die Stadt. Es gehört hier noch dazu, dass es aus eigenen Mitteln gestemmt wird, keine zusätzlichen Kosten auf die Stadt Duisburg zukommen. Das ist wirklich ein Highlight, denke ich mal. Da kann Duisburg als Stadt und die Kunstszene in Duisburg stolz drauf sein. Und vor allen Dingen, was ich faszinierend finde, ist, dass die Veranstalter sich jetzt schon sicher sind, dass das zu einer regelmäßigen Veranstaltung werden wird. Das würde mich freuen, wenn es hier zu einer dauerhaften Veranstaltung werden würde. Natürlich ist der erste Versuch der schwerste Versuch. Wenn er beim ersten Mal klappt, wird es beim zweiten Mal nicht leichter, aber spätestens beim dritten Mal dürfte dann Tradition da sein. Jetzt ist ja das Dell-Viertel, ich sag mal, eine ganz besondere Gegend, gerade hier um den Dellplatz herum, die sich förmlich für so etwas anbietet. Ist es eigentlich wünschenswert, dass solche, ich sag mal, privaten Initiativen in dieser Stadt öfter stattfinden? Also die Stadt Duisburg alleine kann nicht die ganze Kulturszene und Künstlerszene in Duisburg tragen. Das ist finanziell überhaupt nicht möglich. Deswegen freue ich mich, dass es solche privaten Initiativen gibt. Und ich freue mich auch über die Kooperation zwischen der Stadt und den Privatinitiativen. Und wir stehen für solche Kooperationen natürlich immer jederzeit zur Verfügung. Selber schon irgendein Highlight ausgewählt? Ich habe noch kein Highlight ausgewählt. Ich werde auch sehr große Schwierigkeiten haben, vorbeizukommen, weil ich im Vorfeld, vor der Veranstaltung, schon viele andere Termine an diesem Wochenende zugesagt habe. Das ist eine Eröffnungs-Kan-U-WM-Meisterschaft. Die Gano-WM ist eine Tanzveranstaltung im Innenhafen, in der Kubus-Kunsthalle wird eine Ausstellung geöffnet. Also mein Programm ist von Donnerstagabend bis Sonntagnacht gut durchgetaktet. Ich schaue mal, ob ich mich einfach mal unter die Mängel mische. Zeigt aber auf der anderen Seite auch das, was ich eigentlich schon seit langer Zeit behaupte, Duisburg durchaus in der Lage ist, auch parallel mehrere Großveranstaltungen an einem Tag zu vertragen. Duisburg braucht sein Licht, was die Kulturszene angeht, überhaupt nicht unter den Scheffer zu stellen. Auch nicht, was die Veranstaltungsmenge und Dichte angeht. Da ist Duisburg sehr gut aufgestellt und Duisburg kann viel leisten und leistet viel. Thomas Grützberg, vielen Dank. Okay.